Sullivan ist entkommen! Ausschwärmen! Sucht ihn! Geh! Das war's. Ich seh ihn. Da drüben sind sie. Da ist der. Da ist der. Oh, oh, nein, nicht! Okay. Zieh nicht durch! Lass sie nicht durch! Bis dann. Schaffst du noch mehr? Erledigt ihn! Cool. Gefällt mir schon besser. Pustet ihn weg! Let's top her, Sinti. Oh man. Okay. Oh man. Oh man. Oh man. Hey. Hey. Ich wusste, dass du es schaffst. Und was jetzt? Ich weiß nicht. Das überlege ich mir noch. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Moment mal. Es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Oh Mann. Roman und Navarro haben hier wirklich Chaos angerichtet. Sicher, dass wir hier richtig sind? Oh Mann. 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 Oh, oh, oh! Ich glaube, wir sind im Geschäft. Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Vielleicht eine Sackgasse. Warte. Es sieht aus, als könnte es hier weitergehen. Oh, oh. Oh Mist. Was ist das denn? Sully, los, raus da! Was? Das ist eine Falle! Sullivan, alles okay? Sully! Ja, ja, bestens. Alles noch dran. Unkraut vergeht nicht. Na dann, geh besser in die Bibliothek. Wir müssen irgendwie anders hier rausfinden. Jetzt geht es nur noch nach vorne. Ja. Was ist das hier? Ein echt gutes Versteck für den verdammten Schatz ist das. Was? Wo sollen wir lang gehen? Warte mal. In der Ecke von Jacks Karte stehen auch römische Zahlen. Das muss etwas bedeuten. Ja. 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 Ich bleib hier und halte Ausschau und du kriegst raus, wie wir da rüberkommen. yn Ja. 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 Ja, ja. Musik Das muss für irgendwas gut sein. Musik Es tut sich was! Nate, was du das? Hier unten bewegt sich plötzlich etwas. Musik 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 Geh! Sully, hörst du mich? Verdammt, nichts! Arrgh! 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 Ancho! Arrgh! Ah! Ah! Arrgh! Arrgh! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hey! Geschafft! Hey! Pass auf! Das Ding zieht mich ab! Nee! Schon gut! Nichts passiert! Was ist das? 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 Oh! 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 Versuch doch mal, dieses Tor zu öffnen. Ich warte hier. Was zum Teufel? Was zum Teufel ist, was zum Teufel ist. Geh! 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 Was dann? Danke, Nate! Geh! Hey, Bulle! Wer überlebt, kriegt das Gold! Du wirst es nicht! Tötet beide! Das wird ja einfach immer besser. Ja! Ich seh ihn! Ah! 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 Hey! Mach keine Gewalt! Na los! Auf ihn! Enteco! Nein! Ah! Ja, ich bin... Ah! 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 Stopp! Erledigt ihn! In Ordnung! Runter! Nein! Hab ihn erledigt! Oh nein! Ausschwärmen! Hey! Ah! In Ordnung! Na los! Tja! Das hier ist tot! Ich krieg dich! Ja! Mach die da alle! In Ordnung! Was gehabt! Das hier ist tot! Ah! Es ist vorbei, Mulee! Es ist vorbei, Mulee! Sie sind 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 vorbei, Mulee! Lachen! Ich glaube, da oben ist so eine Art mechanische Leiter. Da drüben ist er! Das diesmal kriegen wir dich! Da ist er! Ja! Der will kommen diese Typen hier! Oh, Gott. Oh, Gott. Ich hoffe, die führt irgendwohin. Ich sehe ihn! Macht keine Gefangenen! Ah, das könnte helfen. Oh, Gott. 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 Es sieht so aus, als wäre dort oben ein Mechanismus. Hey, da ist eine Leiter. Wenn du mich hochhebst, komme ich vielleicht dran. Gut, klettere weiter. Du bist schwerer, als du aussiehst. Kommst du dran? Sieht aus wie ein alter Flaschenzug. Da ist ein Seil. Ich versuche es zu dir runterzulassen. Ich sehe einen Tunnel. So kommen wir raus. Hallo Jungs. Ruhig, Eddie, ruhig. Was zum Teufel ist da draußen los? Hast du sie nicht gesehen? Oh nein. Oh Gott, nein. Das war's. Verdammt, was ist das? Wir sind tot. Wir sind alle tot. Nein! Nein! Eddie, komm wieder her. Oh Mist. Rick, falls wir hier nicht rauskommen, nur dass du's weißt. Ich hasse dich. Nicht jetzt, Eddie. Bring wir's hinter uns.